Guten Morgen aus Mainz an diesem 24. Oktober. Tödlicher Unfall auf der A63 bei Saulheim, Leiche in der Mainzer Oberstadt gefunden und Studis feiern Semestereröffnungsfeier an der JöG-U. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Mittwochnachmittag ist es zu einem tödlichen Unfall auf der A63 bei Saulheim gekommen. Zwei Personen sind an ihren Verletzungen gestorben, zwei weitere Personen sind schwer verletzt. Drei Autos waren bei dem Unfall beteiligt. Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht klar. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 061 329 50100 melden. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Mainz mehrere Stunden voll gesperrt. Dadurch kam es zu einem langen Stau. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit diversen Einsatzkräften vor Ort. Im Einsatz waren auch ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber. In der Mainzer Oberstadt wurde am Dienstagnachmittag eine Leiche in einem Tunnelsystem gefunden. Während Grünarbeiten in der Nähe der Bastion Martin stieg ein Arbeiter aus Neugier in ein unterirdisches System und stieß nach wenigen Metern auf eine männliche Leiche. Der Pressemitteilung ist zu entnehmen, dass der Todeszeitpunkt nach den ersten Ermittlungen einige Monate zurückliegt und die Polizei aktuell nicht von einem Gewaltverbrechen ausgeht. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin soll zeitnah zu Erkenntnissen über Identität und Todesursache des Verstorbenen führen. Bei dem weitläufigen Tunnelsystem, in dem die Leiche gefunden wurde, handelt es sich um alte Gewölbe der Festung Mainz in der Oberstadt. Das System wurde im 18. Jahrhundert gebaut und ist somit teils über 300 Jahre alt. Vor vier Jahren wurde schon einmal eine obdachlose Frau aufgefunden, die in der Gegend erfroren war und von Passanten entdeckt wurde. Heute Abend wird auf dem Mainzer Uni-Campus wieder kräftig gefeiert. Zum Start des Wintersemesters feiern die Studierenden der Johannes Gutenberg-Universität die SÖF. Im letzten Wintersemester musste die Semester-Eröffnungsfete aufgrund eines fehlenden Sicherheitskonzeptes abgesagt werden und während der Corona-Pandemie konnte sie auch nicht stattfinden. Umso mehr können sich jetzt die Studierenden auf die Party freuen. Der Eintritt ist frei. Lediglich die zusätzliche Party im QCAF kostet Geld. Laut dem Allgemeinen Studierendenausschuss soll dieses Ticket den Einlass garantieren. Allerdings kann es zu Wartezeiten kommen, falls der Einlass vorübergehend gestoppt werden muss. Lange Wartezeiten waren auch bei der letzten SÖF des Sommersemesters ein Problem. Um die Sicherheit während der Party zu gewährleisten, ist für genügend Sicherheitspersonal gesorgt. Rheinland-Pfälzer sprechen selten über den Holocaust. Das haben Wissenschaftler herausgefunden, die im Auftrag des Landtags Rheinland-Pfalz die Erinnerungskultur der Menschen im Bundesland erforschen sollten. Eineinhalb Jahre haben Wissenschaftler der Universität Koblenz in Kooperation mit Kollegen der Hochschule Koblenz und der Turo University Berlin daran gearbeitet. Es gab eine Online-Befragung mit 466 Teilnehmern aus Rheinland-Pfalz. Danach haben die Forscher ausführliche Interviews mit zehn Familien geführt. Diese hatten zur Hälfte einen einheimischen und zur Hälfte einen migrantischen oder jüdischen Hintergrund. Aus den Ergebnissen der Studie geht unter anderem hervor, Jüngere schätzen die Relevanz des Holocausts für ihre Familie oder die eigene Zukunft als eher gering ein. In Familien, in denen doch über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg gesprochen wird, stoßen oft die Enkel das Thema an. Die Großmetzgerei Sutter muss ihre Eröffnung in Wiesbaden verschieben. Ursprünglich sollte sie am Mittwoch ihre Türen öffnen. Doch daraus wird erstmal nichts. Aus organisatorischen Gründen habe man die Eröffnung verschieben müssen. Aber sie werde schnellstmöglich nachgeholt, versichert das Unternehmen. Zu den tatsächlichen Gründen der Verschiebung möchte das Unternehmen nichts sagen. Die Großmetzgerei bittet um Verständnis für die Entscheidung. Wiesbaden-Biebrich wäre der erste hessische Standort von Sutter, der sich auf der Firmen-Homepage als von der Landmetzgerei zum Trendsetter präsentiert. 1992 habe sich der Betrieb von den Filialbetrieben verabschiedet und ist in die industrielle Produktion gegangen. Heute zähle Sutter nach eigenen Angaben zu den führenden Fleisch- und Wurstwarenherstellern Europas. Für den Standort Wiesbaden gibt es auf der Firmen-Homepage noch Stellenausschreibungen. Allerdings sind diese inzwischen etliche Monate alt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de.